Hey Leute und willkommen bei einer neuen Create a Sim Folge. Wir erstellen diesmal Mark Jefferson und im Gegensatz zu den drei Mädels war das relativ easy, was ihr vielleicht auch an der Videolänge erkennen könnt. Ich glaube, ich habe insgesamt auch nicht länger als 10 Minuten gebraucht und das ist kein Vergleich zu Max, Chloe oder Kate gewesen. Da habe ich wesentlich länger gebraucht. Ich weiß nicht, woran es lag. Vielleicht habe ich Mr. Jefferson einfach nicht besonders gut getroffen oder aber er hatte so ein Allermeltsgesicht, dass es ganz easy nachzustellen war. Also ich bin mit dem Endergebnis eigentlich recht zufrieden, auch wenn das hier gerade noch nicht unbedingt nach ihm aussieht, aber das wird noch. Ich habe auch diesmal keinen Custom-Content genutzt, also alles nur Dinge, die man direkt in Create a Sim� finden kann. Wobei ich jetzt später gesehen habe, dass es wohl die Original-Brille gibt, aber die hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit dem Rest des Videos und keine Sorge, die anderen Charaktere wie zum Beispiel Warren oder Victoria oder auch Nathan, die werden auf jeden Fall noch kommen. Ich möchte das Ganze jetzt ein bisschen regelmäßiger wieder machen und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Rest des Videos und vielleicht sehen wir Mr. Jefferson schon bald im Let's Play. Bis dahin, tschüss! Bis dahin, tschüss! Bis dahin, tschüss!